Auf der Intensivstation dürfen Patienten natürlich fernsehen, gerade in einer Situation, wo sie zum Beispiel ansonsten noch nicht viel machen können, damit ihnen nicht langweilig ist und damit sie auch vom Tagesgeschehen mitbekommen. Wichtig ist zum Beispiel das Zeitgefühl zu vermitteln bei den Patienten, weil wenn sie nicht mitkriegen, ob es hell oder dunkel wird, weil die Intensivstation zum Beispiel keine Fenster hat, sondern innerhalb des Gebäudes ist, bekommen die Patienten über das Fernsehen einen Tag-Nacht-Rhythmus vermittelt und bekommen mit, was in der Außenwelt passiert. Auch das Benutzen eines Handys auf der Intensivstation ist nicht mehr so wie früher verboten, sondern wir erlauben es den Patienten, um darüber auch Kontakt zur Außenwelt herzustellen. Die medizinischen Geräte sind mittlerweile heutzutage alle sehr gut abgesichert, sodass das kein Problem darstellt. Kinder sind ein spezielles Thema im Besuch auf der Intensivstation, weil wir immer darüber entscheiden müssen, ob das Kind alt genug ist, die Eindrücke, die es auf einer Intensivstation bekommt, auch richtig zu verarbeiten, seelisch zu verarbeiten. Kinder, die das 14. Lebensjahr erreicht haben, sind in der Regel so gefestigt, dass sie in der Lage sind, so etwas zu verarbeiten. Wenn Kinder jünger sind, dann bedarf es unbedingt der Absprache zwischen den Eltern und dem behandelnden Arzt, ob es in Ordnung ist, dieses Kind trotzdem mit auf die Intensivstation zu nehmen, weil einfach diese Kinder sehr emotional berührt sind und wir nicht wissen, was es in dem Kind auslöst und wir das Kind schützen wollen davor, dass es ein seelisches Trauma erleidet.